Heute hier in der Mosel unterwegs. Landschaftlich traumhaft, im Moseltal auch flach. Aber so als Rennradfahrer, dann steht man ja schon so auf sportliche Herausforderungen. Vielleicht fahre ich mal über den einen oder anderen Hügel. Hallo! Hey! Na ja, hört mal, wo kann man denn hier sportlich Rennrad fahren? Einfach geradeaus der Mosel entlang, Richtung Brodenbach. Und dann links hoch? Und dann links hoch. Alles klar, dann bin ich mal weg. Tschüss! Tschüss! Die 15% Steigerung, mein Gott, die sind ganz schön sportlich, aber ich hab's ja so gewollt. Also Berghoffahren ist zwar anstrengend, aber man wird meistens mit einer ganz tollen Aussicht belohnt. Hey! Da seid ihr ja. Hallo! Ganz schön Flottfahrer unterwegs und jetzt hier den Ausblick genießen, aber abgerechnet wird später. Wer begehret ein, Lars? Der Rad hält vom Reine und sein Gefolge. So, komm mit der rein! Stopp, edler Ritter! Man sieht nicht nur tolle Radstrecken, sondern auch einiges an Kultur wird hier geboten. Ja ihr Lieben, war eine schöne Tour von der Mosel an den Rhein über den Hunsrück. War echt sportlich, steil hoch, aber auch steil runter. Hat Spaß gemacht mit euch! Prost! Ciao! Prost! Prost! decreasing auf die Ausblick! Kalt – be vieles! Aufひkt! Gedöne, ripsat! Töke! Type und Ge Об Ausblick auf. Ver하� wp! Zžg nur her Québec oder nir optimistisch? Töke! Ära, f WO Coco, oh man?